Ein gesunder Schlaf ist wohl etwas vom Elementarsten vom Leben und viele von euch vergessen das. Auch dort kann man sich regenerieren und vor allem Wohlbefinden für das tägliche Leben finden. Darum sind wir jetzt bei Stollerbett. Roland, was erzählst du mir über die neuesten Konstruktionen von Betten? Das lindert bereits bestehende Schmerzen. Wir versuchen das beste, ja, es lindert Schmerzen. Aber wir können da keine Heilversprechen abgeben. Das Bett ist ein Teil davon und wir passen es denen Leute an, auf ihren Körper. Massgeschneidert kann ich sagen. Und haben die besten Voraussetzungen, dass wir etwas bewirken können. Was heisst das Massgeschneidert? Geht es da einfach um die Länge oder müssen dann auch gewisse Elemente noch immer an einem anderen Ort montiert sein? So wie du sagst, gewisse Elemente an einem anderen Ort, sprich an einem anderen Ort. Wir sind alle eben gleich gebaut. Wenn man eine breite Schulter hat wie du, senkt man die Schultern schön einsenkend auf der Seite schläft. Wir machen eine Stütze in Italien. Oder das Renzler ein bisschen gestützt hast. Wenn du eines hättest. Aber wir haben schon keins. Also wir passen es den Leuten persönlich an, nach ihrem Körperbau. Ja, und Brigitte, eben, mit diesem ganzen kleinen Geheimnis kann man gut schlafen. Ja, eben. Das hast du ja gerade gesagt. Eben, nur mit diesem Geheimnis denke ich. Also wie Rohan es schon gesagt hat, wir messen die Leute aus, wir gehen nach Proportionen. Und nicht nach Gewicht und Grösse, sondern wirklich nach der Körperform. Eben? Ja, eben wo? Eben bei uns natürlich. Wo sonst? Also wir beraten dich individuell. Jetzt geht's. Und die haben auch für uns die Gewährleistung, dass es gut kommt. Wir können dich auch nachbetreuen. Eben. 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 Darum machen wir doch eine Schlafberatung, unverbindlich, kostenlos beim Stohlenbett. Eben. 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 Vielen Dank.